So, servus miteinander. Ich habe jetzt mal den Standort gewechselt gehabt und keine 20 Meter. Schön, gell? Schauen wir mal, vielleicht geht es weiter bis gleich. Also, ich kann es irgendwie gar nicht glauben, gell? Bis gleich. Seht ihr ihn? Der oberpfälzer Waldelefant. Ganz selten. Ausstreckt er ihn raus, lass ich. So gut getarnt sind die. Leise sein, sonst versteckt er sich. Mitten am Weg, unter dem Loch, scheint zu einer Anlage zu gehören. Das ist der nächste. Da ist einer. Haben wir noch vier Spuren. Scheint bewohnt zu sein, mein Hund ist sehr interessiert. Seht doch voll cool aus. Ich glaube, bis da unten. Riesenanlage, wahrscheinlich eine Dachsburg. Was auch dafür spricht, dass ziemlich sauber ist. Naja. Dachs habe ich keinen gesehen. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und da ist noch eine. Ja, geil. Mehl. Dann ist wieder mal Schluss. Und schaue mich dann ein bisschen um. Bis gleich. So, die Beute von heute. Bis zum nächsten Mal. Pfiat's euch. Geil. mit einem